Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Wochen Blogserie. Ich habe meine Küche noch nicht aufgeräumt. Ich habe auch noch keine Lust gehabt. Ich habe mir heute Morgen die neuen Horoskope angeguckt. Es sollen angeblich viele versprechende Sachen passieren im Oktober. Bin ich mal gespannt. Ich glaube da noch nicht so wirklich dran. Ich wollte mal eben schnelle Suppe aufsetzen, weil ich habe irgendwie Hunger. Ich weiß aber nicht, was ich essen soll. Ich will irgendwas warmes essen. Nicht direkt Frühstück, aber irgendwas leichtes, was nicht so auf den Magen geht. Da dachte ich mir an schnelle Suppe. Ich habe ja Gott sei Dank immer das Suppengemüse da, was mir da den Arsch rettet bei schneller Suppe. Nöblich gestopte die Sprache durch die Sprache. Das ist toll. Ziemlich gestopte die Sprache durch die Sprache. Was steht heute auf dem Plan? Ja, wir setzen heute neuen Kamuka an und den alten schöpfen wir erstmal ab und dann geht er in die Zweitfermentation. Und ich habe ja die Karaffen besorgt, im letzten Video habt ihr das ja gesehen und die waren jetzt in der Spülmaschine und jetzt werden wir damit weiter arbeiten. Ich hatte mir überlegt, so zwei Sorten anzusetzen. So, schon wieder in den Ofen dreckig gemacht. So, das Gemüse muss essen. Ich werde jetzt mal auftauen und in der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit gucke ich mal, dass ich hier ein bisschen meine Küche aufräumen kriege. Ich weiß nicht, ob ihr den, ich glaube den habt ihr schon mal gesehen, ne? Nach circa zehn Tagen hat sich hier so eine richtige gelförmige Schicht drauf gebildet. Die ist mittlerweile schon so einen halben Zentimeter. Und das ist der neue Kamuka Scope. Und der alte, der liegt hier unten drinnen. So, ich wollte nachher das mal abzapfen hier. in einen Liter und dann neun ansetzen auf jeden Fall. Das habe ich mit Earl Grey gemacht. Und dann gucken wir mal, ob die Zweitferventation genauso gut ist. Also, ich hatte den am Freitag ja schon probiert. Und heute sind genau zehn Tage rum. Und dann, ja, gucke ich mal. Hier ist alles noch dreckig vom Wochenende. Mein Urlaubschein für Weihnachten ist auch schon ausgefüllt. Ich gucke hier gerade RTL. Und hier, ich habe hier noch Mangold. Und ansonsten müsste ich mal den Rest vom Balkon aufräumen. Ich werde so einiges wegschmeißen, weil das bringt nichts. Diese Teile hier unten, ne? Die sind totaler Schrott. Diese da. Ja, das geht. Achso, das wollte ich euch mal zeigen. Hier oben stehen jetzt meine Essigsorten. Da oben. Und das sieht richtig schön aus. Die Etiketten sind richtig schön groß. Und dann kann man richtig gut lesen, was draufsteht. Ja. Und ich werde jetzt in der Zwischenzeit mal meine Küche hier aufräumen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ich einen Plan habe, was ich noch so alles machen will, Leute. Ich habe nämlich Nachtschicht. Deswegen habe ich heute Zeit. Und vor allem, ich habe so nervige Sachen auf der To-Do-Hüste, die ganz dringend erledigt werden müssen. Auf die ich aber so gar nicht, gar keine Lust habe. Auch woanders해요. Okay. Und hier habe ich noch alles gemacht. Also, ich kann euch noch mal wieder auf die To-Do-Hüste. Es darf zwei jetzt einfach so schnell. Und dann können wir da nach der To-Do-Hüste wieder auf die Erklärung sein. Öl auch nach dem der To-Do-Hüste wieder ab. Das ist ein bisschen bloß. Wir haben alles noch mal wieder auf die Erklärung. Und dann können wir jetzt die Erklärung usbe. So, meine Eierschalen, die kommen hier zu den anderen. Ich habe hier schon ein volles Glas, hier kommt das zweite, das ist natürlich für den Sommer, also sprich schon für nächstes Jahr. Die kommen in die Tomaten rein, weil da ist ja viel Kalium und Kalzium drin und das tut die Pflanzen natürlich sehr gut. Und dann kriegen die das natürlich auch alles recycelt. Und ja, ich weiß gar nicht mal, was ich euch noch erzählen soll, weil dieses ganze Zukunftsgelaber, das nervt mittlerweile einfach nur noch. Weil man sowieso nicht vorankommt. Weil man irgendwie, man tut und macht und irgendwie ist nichts gut genug. Und im Moment bin ich noch in diesem Prokrastinationstrauma drin, wo ich mir echt denke, bringt doch eh alles nichts. Läuft doch auf eh auf nichts hinaus. Und warum soll ich mir noch Mühe geben? Wird ja eh wieder alles kaputt gemacht. Das beste Beispiel ist ja der Balkon hier. Ich hatte ja so viele Pläne. Ich habe ja geplant und gemacht und wollte alles umsetzen. Ja, und was hat es hinterher gebracht? Gar nichts. Nichts. Die ganzen Zukunftsprojekte, die ich hatte, haben sich verzögert. Von März in den April, dann in den Mai. Und ich war immer positiv und zuversichtlich und dachte mir so, ah, das wird schon. Du hast nur eine schlechte Zeit. Das geht vorüber. Ja, und was ist daraus geworden? Ja, ich habe es nicht geschafft, mein schönes Hochbeet zu befüllen. Das steht jetzt seit April, Mai steht das hier. Ich habe es nicht geschafft, das aufzufüllen. Hier ist überall alte Blumenerde drin, recycelte. Weil ich es nicht mal geschafft habe, mir vernünftige neue Blumenerde zuzulegen. Guck mal hier, der Mangold kommt richtig schön raus. Soll ich euch mal zeigen, was das WeGhorn-Projekt gegeben hat? Ja. Hier kommen richtig schöne, lange Stiele raus. Und hier vorne auch. Seht ihr das? Die sind schon so hoch. Und manche sind sogar so hoch. Die müsste ich nachher mal gießen. Dann müsste ich den Mangold mal gießen. Und die Peperoni, ach, Peperoni sage ich schon. Die Paprika, die noch sehr, sehr klein waren Anfang des Sommers, sind jetzt so groß, wo es in Richtung Winter geht. Und hier die Peperoni, die hat hier auch nochmal nachgelegt. Hier habe ich noch eine Baby-Peperoni. Und hier vorne habe ich noch eine Baby-Peperoni. Und ja, die steht hier windgeschützt. Ich gucke mal, ob ich die jetzt die Tage reinhole, weil es jetzt wieder kälter wird draußen. Und dann versuche ich, den ein bisschen zu retten, was ich retten kann. Ich habe hier noch... ...einer. Na, mit einer Hand geht das immer so schlecht. Die hier ist reif. Die hier ist schon angeschimmelt. Und die hier hat einen totalen Sonnenstich. Naja. Und bei den anderen Kleinen, hier muss ich mal gucken, vielleicht rette ich die ja. Obwohl, die sehen auch noch schön aus. Die haben hier oben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, hier kriegen die auch nochmal Knospen. Muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich sie ja retten. Dann muss ich im Winter keine neuen aussehen. Und diese hier. Ich weiß nicht, die ist irgendwie voll komisch. Hier ist die total am Blühen, ne. Und hier vorne geht sie komplett ein, obwohl hier schon Stippen rauskommen. Dieses Teil weiß auch nicht, was es machen soll. Und diese Dinger hier, ne. Die waren der größte Schrott, den ich jemals gekauft habe. Da läuft so viel Wasser durch. Und das speichert nicht mal Wasser. Oh, was echt. Nein, die Kokosnusserde hat mir auch gefehlt. Da konntest du nichts mit machen. Gar nichts. Das hat mich total genervt. Das war so ein richtig beschissenes Jahr. Gucken wir nach der Suppe. Dann habe ich immer dieses getrocknete Suppengrün. Das war auch noch so eine Zukunfts-Aussicht. Ich dachte ja, wenn das Gehalt wieder steigt, wenn es wieder ein bisschen bergauf geht, weißt du, dann kaufst du dir deinen Dörr-Automaten. Und dann hast du dein Suppengrün selber, weil dann bist du unabhängig. Und dann hast du ein bisschen mehr Geld gespart, weil dann kannst du das selber trocknen. Bist nicht die ganze Zeit darauf angewiesen, sowas für 990 Cent zu kaufen. Alles Zukunftsaussichten und wenn ich darüber reflektiere, wie das ganze Jahr 2024 war, ich war so optimistisch und bin mit so einer riesengroßen Zukunftsaussicht ins neue Jahr gegangen und dachte mir so, nächstes Jahr, das wird mein Jahr und da mache ich nur meine Sachen. Und ja, jetzt geht das Jahr zu Ende und ich staginiere mein Stoppsaugerfeld los, LS. Es ist 14 Uhr. Oder nee, 13 Uhr müssten wir haben. Ich habe nämlich LS jetzt auf 13 Uhr programmiert. Das wollte ich sagen. Nein, ich war total optimistisch. Ich habe jetzt mal die Küchentür zugemacht. Ich war total optimistisch. Ich dachte mir so, 2024 wird mein Jahr. Und ja, ich kriege erst im Januar 2025 mein altes Gehalt wieder. Und so lange überbrückst du von Monat zu Monat. Diesen Monat konnte ich alle meine Rechnungen bezahlen. Weil ich konnte ein bisschen einkaufen. Und meine Lohnerhöhung kommt ja erst im Oktober. Das heißt, die sehe ich ja erst am 15. Oktober. Und dann kann ich schon wieder ganz anders kalkulieren. Weil dann muss ich gucken, wie viel mir die Gehaltsentwicklung eingebracht hat. Weil das weiß ich ja im Vorfeld auch noch nicht. Und dann hoffe ich, hoffe ich, ne, mit ganz viel Daumendrückung, dass ich wenigstens noch meine Schlafzimmerkommode kriege. Damit das Schlafzimmer wenigstens halbwegs fertig ist. Und dann ist die zweite Hoffnung, dass ich wenigstens bis Ende des Jahres ein paar Pflanzen ins Haus kriege. Und wenn es nur ganz wenige sind. Und das sind wirklich nur noch zwei Sachen, die ich erledigt habe, ne. Eventuell, 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 ja, sind dann diese zwei Sachen fertig. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen an Küchensachen fertig. Das hier, diese Wand, weil das ist ja sehr hellblurig. Weil hier sind ja nur Fliesen, hier sind kahle Wände. Ne, ich zeige euch die Seite mal. Ich meine, diese Seite hier, ne. Hier steht der Kühlschrank. Dann habe ich ja hier diese. Und diese ganze komplette Wand. Hier soll ja noch eine Kommode hin. Weil ich wollte ja meine Mikrowelle da hinstellen. Ich wollte einen Airfryer dieses Jahr haben. Ja. Das war nämlich die dritte Sache. Diese drei Sachen wollte ich dieses Jahr unbedingt haben. Die habe ich mir immer noch nicht geleistet. Stattdessen habe ich das Ganze ja aber nur Rechnungen gezahlt. Und, ja. Als ich umgezogen bin, habe ich ja ganz Großteil an Möbel weggeschmissen. Weil ich mir dachte, mit dem guten Gehaltscheck kannst du eh alles neu kaufen. Dann mistest du aus. Und ich war so optimistisch. Ich habe nur ausgemistet und ausgemistet und ausgemistet. Und, ja. Dann sitzt man in seiner neuen Wohnung. Und kann nicht anfangen, an seinem neuen Leben zu arbeiten. 2023 war richtig beschissen. Da dachte ich mir so, machst du jetzt einen Jahresrückblick. Aber, das lohnt sich nicht, weil alles immer nur negativ ist. Dann dachte ich mir so, gehst du optimistisch ins Jahr 2024, ne. Ich war super positiv eingestellt. Und dann kam nach zwei Wochen im Januar der Crash. Dann kam wieder ein Crash. Dann wieder ein Crash. Dann wieder ein Crash. Dann hatten wir schon Mai. Dann gab es einen Totalabsturz. Dann ging es in den Juni. Ja, und jetzt haben wir bald Oktober. Also morgen haben wir Oktober, den 1. Oktober. Wir haben noch Oktober, November, Dezember. Drei Monate. Und dann ist das Jahr vorbei. Ja, soll ich positiv ins Jahr 2025 gehen oder eher negativ? Das ist die Frage. Am Ende kannst du sowieso nichts ändern, ne. Das kommt, wie es eben kommen soll. Und dann guckst du dir Tarot-Prognosen an. Denkst dir so, ja, vielleicht steht in den Tarot-Karten ja was Positives drin, ne. Und ja, die sind halt vielversprechend, ne. Also die sagen dir auch ganz viele positive Sachen voraus, ne. Nur irgendwie glaube ich da noch nicht so dran. Das ist irgendwie so. Ich bin vorsichtig zurückhaltend. Ich habe jetzt meinen allerersten Urlaubsschein für die neue Firma ausgeschrieben. Den muss ich heute abgeben. Weil das ist der, also Urlaub für Weihnachten. Und dann habe ich mir im Januar, also bis Januar Urlaub eingereicht. Also so, dass ich zwei Wochen Urlaub habe halt. Weil dann ist auch mein zweiter Jahresurlaub weg. Und dann muss ich mal gucken. Weil man hat immer so ein schlechtes Gefühl, so ein negatives Gefühl. Und man wird dieses Gefühl auch irgendwie nicht los. Ich bin... Ach, Gesundheit. Ähm, naja, man hat irgendwie... Immer dieses Gefühl so, gleich stürzt wieder alles ein. Und dieses Gefühl, das werde ich auch nicht los. Also ich möchte am liebsten, dass mein Leben wieder weitergeht. Und man wartet im Prinzip nur darauf, dass der nächste Monat kommt. So. Da guckst du dir deinen Gehaltscheck an und hoffst, dass die Lohnanmögen dich ein ganz kleines Stückchen weiterbringt. Und dann versuchst du eigentlich nur noch die Zeit bis in den Januar zu überbrücken. Damit die Lohnanmögen im Februar, also von Januar in Februar, dass die dich im Februar wieder an die Stelle stellt, wo du aufgehört hast zu existieren. Als du den Job verloren hast. Wo auch dein gutes Gehalt weg war. Und ich hab halt einfach nur noch die Hoffnung, ähm, dass dann wieder so ein Aufschwung kommt, ne? Im Moment kämpft man sich von der einen Etage zur nächsten Etage. Dieses Jahr kommt mein allerletzter VG-Wordcheck. Und man freut sich zwar auf dieses Geld, was da reinkommt, weil das Geld ist, das ich in meiner Firma erarbeitet habe. Aber andererseits geht das sofort auf die Kreditkarte drauf und das Geld ist weg. Und das nur, weil man die Kreditkarte in schlechten Zeiten halt einfach benötigt hat. Man muss halt die Notsituation, die Zeit einfach aussitzen. Man muss immer das Beste hoffen. Und ja. Und dann immer hoffen, dass es irgendwann besser wird, dass es positiver wird und, naja. Im Moment bin ich noch in diesem Gemütszustand drin. Es wird alles besser. Ich hoffe und bin positiv und ich gehe nach vorne nur. Die Vergangenheit zeigt einem leider immer eine andere Situation. Und man soll ja aus dem Vergangenen lernen. Also stabiliert gerade alles. Ich habe keine Lust. Weil es bringt eh nichts. Du baust, dann wird es sabotiert. Du baust, es wird sabotiert. Du reparierst, es wird sabotiert. Du reparierst wieder, es wird sabotiert. Und irgendwann liegt alles brach. Und du sagst dem Finanzamt, das muss repariert werden, das muss repariert werden. Und das muss auch repariert werden. Und dann, vielleicht, in der Zukunft geht es wieder bergauf. Ganz ehrlich, ich glaube manchmal meine eigenen Worte schon nicht mehr. Weil ich sehe nicht, dass es bergauf geht. Deswegen ist es immer, ach, schon wieder hart arbeiten. Und man hat dieses Erfolgserlegnis nicht. Es setzt kein Erfolgserlegnis ein. Und danach bist du noch demotivierter. Und du bist noch kraftloser. Und du liegst noch mehr auf dem Boden. Weil dieses Glücksgefühl einfach ausbleibt. Dieser Motivationsschub, dass alles positiv wird, bleibt aus. Und du hast kein Erfolgserlegnis. Und durch dieses Erfolgserlegnis, das dir einfach fehlt, bist du demotiviert. Kann man nachvollziehen, oder? So, ich warte jetzt darauf, dass meine Suppe fertig wird. Dann esse ich. Und bis dahin ist Alice auch mit dem Staubsaugen fertig. Und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt den Tee aufgesetzt. Für meinen Kambuka. Der ist noch warm. Und so viel Zucker kommt da rein. Aber Gott sei Dank, dass der ganze Kambuka-Skobi den Zucker rauszieht. Und weniger als 4 Gramm Zucker in 100 Millilichern drin ist. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken. Wie ich das Video am besten mache. Ich habe hier schon Ansatzflüssigkeit abgelassen. Und jetzt wollte ich eigentlich mal eben noch so ein Video drehen. Wollte ich mal... Das ist immer noch nicht warm. Ach, das ist noch nicht abgeguckt. Das wollte ich sagen. Dom ist immer, wo fängt man am besten an. Na ja, ich fange am besten einfach mal an. So, hier steht der Kambuka. Der ist schon gefiltert. Ich habe hier jetzt noch den Rest Kambuka. Wie ihr seht, sind hier ganz kleine Stücke drin. Die sehen dann ungefähr so aus. Die sind von der Skobi-Mutter. Und so sieht der Kambuka aus. Das ist einmal der Mutteransatz, den ich gekauft habe. Und das ist einmal der, der sich innerhalb von 10 Tagen gebildet hat. Ja, jeden, den es interessiert. So sieht der Kambuka aus. Das ist der Mutter-Kambuka-Skobi, den ich geliefert bekommen habe. Und das ist jetzt der neue Kambuka-Skobi, der sich hier gebildet hat. Das ist sozusagen das Baby. Das hat sogar die Form angenommen von dem Gefäß. Eigentlich sehr schön. Der wird irgendwann auch nochmal so wie der hier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Der ist ein bisschen breit. Der ist ungefähr so breit. Und der hier ist weniger als einen halben Zentimeter. Also noch ein bisschen weniger als 0,5. Der ist noch nicht ganz so dick hier. So wie der. Aber wenn ich den jetzt nochmal ansetze, dann wird der genau dieselbe Größe bekommen. Der wird auch ein bisschen breiter werden. Allerdings wird der die Form beibehalten, weil das Gefäß, wo der sich geformt hat, diese viereckige Form hat. Deswegen. Ich habe hier schon meine zwei Fermente angesetzt. Die brauchen auch noch circa zwei bis drei Tage. Ich habe hier schon das Glas sauber gemacht. Und diese habe ich schon gereinigt. Die sehen eigentlich an sich so schön aus. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das ein Pilz ist, weil das sieht aus wie ein Stück Fleisch. Der war jetzt in schwarzem Tee drin. Mein Baby Scambuka, ich will mal Scampi sagen. Mein Scampi war ebenfalls in schwarzem Tee drin, nur ist meiner noch relativ weiß. Aber ich werde ihn gleich trotzdem wieder mit reingeben, damit der Baby Scampi ein bisschen größer wird, damit er eine Chance hat. Und dann kann ich beim nächsten Mal zwei verschiedene Kambukas ansetzen und kann mal diesen Kambuka mit Orange ausprobieren. Weil es hat ja, ich habe bei Pinterest, habe ich ja geguckt, und die haben ja so einen Mango Scopi, also sprich einen Kambuka-Pilz in Mango-Püree und haben das mit Wasser aufgefüllt. Und ich dachte mir, okay, dann geht das ja vielleicht auch mit Orange, weil dann kann ich Orange Kurkuma ansetzen und kann den neuen Scopi da reingeben und erst mal ausprobieren. So, ich habe das restliche, ich habe die restliche Flüssigkeit hier noch in den Ansatz gegeben, dass das ein bisschen mehr als 100 Milliliter sind. Ich schätze mal so 200 oder so, mehr passt hier eh nicht rein. Und dann warte ich eigentlich nur noch darauf, dass der schwarze Tee abkühlt, weil es muss unter 40 Grad sein, damit ich den neuen Kambuka ansetzen kann, damit der Scopi wenn nicht kaputt geht. Und dann gucken wir mal. Hallo, willkommen auf Dienstag. Ja, ich komme gerade von der Nachtschicht, wie mehr ich habe schon geschlafen. Ich bin um 13 Uhr, 14 Uhr bin ich aufgestanden. Habe ich erst mal einen Kaffee getrunken. Und ja, dann habe ich was gegessen. Und ich gucke mir gerade dieses Shitwetter da draußen an. Es ist ja nur am Regnen. Es ist richtig, äh, Herbst. Mögt ihr den Herbst eigentlich? Ich mag ihn überhaupt nicht. Ich kann den nicht ausstellen. Nein. Wirklich. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, was ich heute machen soll. Ich muss jetzt gleich duschen. Ich habe ja gestern Wäsche gemacht und alles. Ich müsste mal mein Bett abziehen. Das müsste ich mal machen. Ich müsste noch Unterlagen fertig machen. Es heißt ja immer eat the frog. Das, was du nicht magst, das, was du nicht willst, musst du immer als allererstes machen. Und ich habe mittlerweile so die Schnauze voll. Immer den Sch-sch-sch-sch zu machen, auf den ich überhaupt keine Lust habe, ne. Und jedes Mal, wenn du das abgearbeitet hast, kommt wieder irgendwas Neues, wo du echt denkst, jetzt muss ich da wieder dran haben. Nee. Überhaupt nicht. Ähm. Ich habe gestern meinen Urlaubsschein abgegeben. Für Dezember. Weil da hat die Firma nämlich zu an Weihnachten. Und ich habe noch Urlaubstage. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Urlaub genommen. Jetzt muss ich mal gucken, ob der genehmigt wird. Und dann gucke ich mal. Ich hoffe eigentlich jeden Tag nur noch darum, dass die Zeit rumgeht. Ja. Ähm. Ja. Das ist, diese Stagnation macht einen fertig. Weil man möchte am liebsten seine Wohnung einrichten. Und endlich an seinen Plänen weiterarbeiten. Und man kann nicht. Und man wartet eigentlich nur darauf, dass der Monat rumgeht. Und dann schon wieder der nächste Monat rumgeht. Es sind Gott sei Dank nur noch 13 Tage bis zum. 13, 14. Ja. Kommt vor. 13 Tage bis der Gehaltscheck kommt. Und dann muss ich mal gucken. Ich hoffe, die Gehaltscheckung lohnt sich. Ähm. Ja. Ich müsste mein Video fertig machen für meinen Monatsrückblick. Ich habe ja gesagt, ich mache jetzt immer zum ersten jeden Monats den Monatsrückblick. Und ja. Ich weiß gar nicht, was ich daran sagen soll. Außer dieses Sch. Das ist Sch. Und jenes ist Sch. Ne. Und das sind immer so Videos, die sind so unangenehm. Weil man möchte auch mal was Positives sagen. Nur hat man irgendwie nichts Positives. Und was soll man Positives sagen? Wenn sich nichts Positives abspielt. So. Das ist hier wie mein Wartezimmer. Das Wartezimmer des Lebens. Ich warte hier, dass mein Leben losgeht. Ähm. So könnte man es ungefähr beschreiben. Meine aktuelle Situation, meine aktuelle Lage. Ähm. Seit die Kanalratte das zweite Konto gefunden hat, habe ich ja auch dort die Handbremse, die angezogen ist. Äh. Die Kanalratte ist pünktlich um 18 Uhr da. Deslikt alle meine Vlog-Videos runter vom ersten Kanal und zieht die Handbremse an. Dann ist die alte Kanalratte auf dem zweiten Kanal, wo mein Kochkanal halt Videos produziert, auch pünktlich um 18 Uhr da. Und zieht da die Handbremse, ne. Immer schön mit zwei angezogenen Handbremsen fahren, damit du ja ausgebremst wirst und du kommst dann halt nicht vorwärts. Und alles dauert so enorm lange. Es zieht sich so enorm in die Länge, ne. Du denkst dir, nichts geht. Alles dauert und dauert und dauert und nichts geht vorwärts. Ja. Das nervt mich tierisch. Und man kann auch nicht wirklich was machen, um aus dieser Stagnation rauszukommen. Ne. Alles braucht Zeit, ne. Und ich kriege das allererste, also den letzten Check von der VG Word. Weil die Kanalratte mir ja auch den Blog komplett ruiniert hat mit irgendwelchen Boots. Und ja, da ist auch alles zusammengefallen. Ich konnte fast ein Jahr lang nicht schreiben. Ähm, ja. Und ja, da stagniert natürlich dann auch alles. Ähm, der ganze Check läuft eben meine Kreditkarte ran. Ja. Ich brauche ja den Spielraum, falls wieder irgendwas passiert. Und das ist so enorm anstrengend, so eine Kanalratte in der Nähe zu haben. Und es gibt keinen Schutz. Man kann nichts machen. Man ist den hilflos ausgeliefert. Und dann kriegt man solche Kommentare wie, ah, du suchst ja nur einen Täter, weil du so faul bist in deinem Leben. Du suchst einen Täter, weil du keine Lust hast. Du suchst ja nur einen Täter, weil es bei dir nicht klappt und so, weil du dann jemandem die Schuld geben kannst. Und ich denke mir, ach, verpisst euch doch mit dieser Meinung. Wirklich. Ganz ehrlich, niemand braucht solche Kanalratten. Na? Und ganz ehrlich, mein Leben würde ganz anders verlaufen, wenn ich solche Kanalratten weder auf dem Kanal hätte, noch in meinem Privatleben hätte. Ja. Und egal, in welche Stadt du ziehst, egal wie sehr du versuchst deine Adresse geheim zu halten, die finden dich. Egal, wo du bist, die finden dich. Egal, was du im Internet machst, die finden dich. Ne? Und es ist anstrengend. Und dann, ja, musst du zusehen, dass du wieder aus dem Sch... rauskommst. Und dieser Weg ist so enorm lang. Und man hat das Gefühl, das hat gar kein Ende. Und jetzt kommt bald 2025 und von all den Sachen, die du eigentlich 2024 machen wolltest, hast du gar nichts gemacht. Ne? Ich habe Anfang des Jahres, ich habe ja gestern, glaube ich, gesagt, wie motiviert ich war. Und ich habe ja eine Liste gemacht mit Sachen, die ich unbedingt machen wollte, die ich unbedingt 2024 erreichen wollte, die ich umsetzen wollte. Und es war einfach nicht möglich. Du hast so oft den Job gewechselt. Du hattest Zeitarbeitspläne. Manche Sachen waren so unter aller Sau, ja? Dass du privat gar nicht mehr arbeiten konntest. Dann war ich krank. Und ich war mehr als einmal krank, ne? Und dann... Ja. Dann vergeht die Zeit. Dann hast du auf einmal einen Stillstand und musst schon wieder einen Job wechseln. Und dann hast du so ein richtig tiefes Lauf, wo du noch nicht einmal mehr zum Einkaufen gehen kannst. Und dann kannst du den Optimismus, den du hattest, im Januar den Online-Shop aufzumachen, ne? Der ist dann von diesen zwei Händen abhängig. Ja, die zwei Hände arbeiten aber in der Arbeiterklasse den ganzen Tag. Und wenn du nach Hause kommst, musst du dich selber motivieren, über all deine Probleme darüber hinweg zu steigen, Motivation zu fassen und weiterzugehen. Ne? Ich bin ja schon sehr viel an Resilienz gewohnt. Ich habe auch eine gewisse Stärke, was Resilienz angeht. Aber manchmal ist man dann einfach fertig. Also nach 15 langen Jahren bin ich auch einfach nervlich komplett am Ende. Und denke mir, wie kriege ich den von Problemen schon wieder in den Grip, ne? Und man lebt sozusagen von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. In der Hoffnung, dass es eine Steigerung gibt. Ja. Und jetzt warte ich und warte ich und warte ich, dass ich den 15. Oktober erreiche. Weil sich dann herausstellt, wie viel mir die Gehaltserhöhung einbringt. Um dann auch schon wieder Rechnungen zu bezahlen. Ja, wovon dann auch wieder nichts übrig bleibt. Und dann nimmt man alles mit in das Jahr 25. Ja. Und dann geht die Scheiße da weiter. Und es nervt mich mittlerweile einfach nur noch. Ne? Du hast negative, falsche Menschen in deinem Leben. Und immer musst du dieses Chaos aufräumen. Ne? Die hinterlassen Chaos. Drama. Immer und immer musst du aufräumen und aufräumen und aufräumen. Ja. Das nervt mich einfach nur noch. Ne? Ich dachte, wenn ich umziehe, habe ich meine Ruhe. Wenn ich in eine andere Stadt ziehe, dann habe ich neue Supermärkte, in die ich gehen kann. Habe meine Privatsphäre. Ja. Aber Social Media ist everywhere. Ne? Überall, wo Social Media ist, kann ich die Kanalratte sozusagen finden. Ja. Und nachdem meine ganze Firma schon ruiniert wurde, sabotiert wurde, runter gehackt wurde, ne? Auf Teufel komm raus, ist das einzige, was du von deiner Firma noch hast, dieses kleine bisschen YouTube Channel. Das ist das einzige kleine bisschen Sch, was übrig geblieben ist. Ja. Und mit diesem kleinen bisschen Sch gehst du ins Jahr 2025. Wieder mit der Hoffnung, oh ja, dann wird's besser. Ja. Da mache ich mal ein unglaublich großes Fragezeichen hinter, ob es tatsächlich besser wird. Ständig diese Selbstmotivation nervt mich so langsam. Ja. Also bei manchen Menschen wünsche ich mir einfach, dass die mal für immer den Mund halten. Und am besten gar kein Wort mehr von sich geben, sich nicht mehr melden, einfach mal die Blockade, das Abblocken hinnehmen, das Ghosting, weil ich betreibe ja nicht Ghosting, weil die Menschen nett sind, sondern ich betreibe Ghosting, weil diese Menschen Psychos sind und ich diese Psychos nicht in meinem Leben haben will. Ich habe so viele Projekte, die ich seit Januar mit mir rumschleppe und in drei Monaten, in drei Monaten ist das Jahr rum. Könnt ihr euch vorstellen, was ich von dieser langen Liste noch keinen einzigen Punkt abgehackt habe? Noch keinen einzigen? Gar nichts. Ich muss mal hier ein bisschen die Spülmaschine ausräumen. Jedes Mal, wenn ich ein Kochvideo mache, dann ist der Schrank so voll. Ich habe mir jetzt überlegt, wie ich ins Jahr 2025 gehe und ich werde mir jetzt eine To-Do-Liste machen. So explizit wie nur möglich. Die werde ich an die Tür hängen und dann werde ich mir einen neuen Kalender kaufen. Ich habe mir überlegt, dass ich mal einen neuen Kalender ausprobiere, weil ich habe ja letztes Jahr den von Marie Johnson ausprobiert. Und die hatte so eine Kanal-Empfehlung, also so eine Kalender-Empfehlung mit dem To-Do-Kalender, mit dem sie eben arbeitet. Und ich war auch super motiviert mit dem Kalender anzufangen. Ich musste dann aber feststellen, dass der Kalender zwar total schön ist, ich aber 26 Euro komplett umsonst ausgegeben habe, weil ich das ganze Jahr überhaupt nicht mit dem Kalender bearbeitet habe. Ich habe Sachen aufgeschrieben und habe mich da nicht dran gehalten, weil der Kalender... Ich finde das immer so schrecklich, wenn du einen Kalender hast und dann machst du Kritzelkratzel. Kennt ihr das? Ich trage was ein. Nein, geht nicht. Dann trage ich das dort ein. Nein, geht nicht. Oh, Kritzelkratzel. Ja, dann drei Wochen später. Oh ja, da habe ich Zeit. Kritzelkratzel wieder, ne? Weil du kommst dich dazu, die Termine einzuhalten. Und dann dachte ich mir, damit nicht mal dieses Kritzelkratzel in den Kalendern drin ist, arbeitest du mit Stickern. Ja, die Sticker haben mich voll weit gebraucht. Überhaupt nicht. Wie gut, dass ich keine teuren Stempel gekauft habe. Ich meine, ich finde die Sticker schon sehr gut. Ich bin mir sicher, dass die Sticker auch etwas Positives für sich haben. Vor allem, weil der Kalender dann mal sauber und ordentlich aussieht. Aber, ähm, ja, du hast irgendwie nicht aktiv damit gearbeitet, weil du irgendwie auch überhaupt nicht aktiv damit arbeiten kannst. Und alles, was du da reingekritzelt hast, hast du irgendwie nicht in die Tat umgesetzt. Und jetzt habe ich mir zum Beispiel Videos von LRDB angesehen. Ähm, die macht ja immer diese Organiser, diese Videos mit diesem Zeitmanagement. Ob man, ähm, ob man vielleicht seine Taktik ein bisschen ändern sollte, ob man vielleicht sich anders organisieren könnte. Und, ja, ich habe mir da auch immer Ratschläge geholt und so. Und ich habe einige Sachen in die Tat umgesetzt. Und, äh, was mir persönlich geholfen hat, das war jetzt nicht von Ella de Biel, Ella de Biel, sorry, Ella de Biel, äh, sondern von James Clear, die Ein-Prozent-Methode. Ähm, das ist ein richtig gutes Buch. Also, falls ihr noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, das Buch von James Clear, die Ein-Prozent-Methode, findet ihr unten in der Infobox. Ähm, ich kann das super richtig gut weiterempfehlen, ne. Und mir persönlich hat es geholfen. Ähm, ist ein perfektes Geschenk, wirklich, mit diesem Buch, ne. Mit der Ein-Prozent-Methode kannst du nichts falsch machen. Das ist echt das ideale, perfekte Geschenk. Ähm, ich habe immer das Problem gehabt, ich will so viel ändern, so einen riesengroßen Stapel ändern, ne. Und, ähm, du kannst es nicht, weil es zu viel ist. Und bei der Ein-Prozent-Methode ist das ja so, die Ein-Prozent-Methode ist ja dazu da, damit du nur ein kleines Prozent änderst. Du musst nur morgens aufstehen und eine ganz kleine Sache in deiner täglichen Routine verändern. Nur eine einzige Sache. Und wenn du die etabliert hast, dann gehst du zur nächsten rüber. Ich habe da letztes Jahr mit angefangen und habe das dann schleifen lassen. Das tat mir im Herzen weh. Aber als ich so oft den Job gewechselt hatte und mich immer wieder an neue Arbeitskollegen gewöhnen musste und neue Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitpläne, da ist das mit der Ein-Prozent-Methode einfach auf der Strecke geblieben. Und das sind auch so Sachen, die ich unbedingt wieder etablieren will. Weil diese Ein-Prozent-Methode, die war richtig hilfreich, wo ich mir echt dachte, wenn ich nur ein kleines Prozent verändere, dann gehe ich in die richtige Richtung. Und das war für mich damals hilfreich. Und ich habe es dann vernachlässigt, weil es nicht mehr ging. Ich war in so einem Überlebensmodus drin, wo ich die ganze Zeit noch versucht habe zu überleben, weil die Situation halt anstrengend war. Und ja, ich muss ganz viele Sachen noch erledigen, die ich auf meiner Todelliste von 2024 habe. Und ich möchte diese Liste nur sehr, sehr ungern ins Jahr mit 2025 mitnehmen. Und ich hoffe natürlich, dass ich das halt nicht muss. Nur so, wie es halt aussieht, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als die To-Do-Liste mit ins Jahr 2025 zu nehmen. Ich kann mal gucken, ob ich hier irgendwas notiert habe in diesem Buch. Ich war so, oh ja genau, 2023. Ich habe die Liste 2023 gemacht und bin damit ins Jahr 2024, weil ich dachte, 2024, das wird mein Jahr. Und dann kann ich alles abarbeiten. Ja, ich war so motiviert, ich wollte unbedingt zwei Bücher lesen. Ja, ich habe im Jahr 2023 ein Buch gelesen. Im Jahr 2024. Ich habe noch drei Monate, dann schaffe ich vielleicht ein Buch. Ich wollte meine eigenen Bücher schreiben. Ich wollte mir 2024 endlich mal Zeit für mich selber nehmen und dachte mir, wenn ich es schon 2023 nicht schaffe, meine Bücher zu schreiben, dann nehme ich mir 2024 Zeit dafür. Ich habe das ganze Jahr über kein Wort geschrieben, weder in meinem Online-Blog, noch habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben bzw. weiter zu schreiben. Ich habe ja schon angefangen und habe dann aufgehört. So, wie ich alles anfange und dann aufhöre. Ja, zwei Bücher, beide habe ich 2023 nicht realisiert und 2024 nicht realisiert. Blogartikel schreiben, ja, habe ich 2024 gar nicht, hatte keine Zeit. Äh, vegan leben, ja, einen Monat. Danach ging das leider nicht mehr, hat sich irgendwie nicht etabliert. Das einzige, was ich noch geschafft hatte, YouTube-Videos produzieren. Ja, ich habe sogar einen Kochkanal aufgemacht, ich habe zwei YouTube-Channel. 1.000 Abonnenten bekommen, habe ich geschafft, aber nur auf einem einzigen Kanal. Ähm, Instagram machen, ja, durch 1.500 Boots wurde das ganz schön geflautet. Ähm, ich habe Abonnenten verloren und bin gerade bei 3.000, ich bin nicht mal in der Nähe von 10.000. Ach, ich wollte mein Kochbuch fertig schreiben. Ähm, ich habe angefangen, es gibt ein paar Rezepte und dann Stillstand. Ja. Die Namensänderung durchbekommen. Ja, ich habe 2023 damit angefangen, meine Unterlagen zusammenzusuchen, wegen der Namensänderung. Mir fehlen Dokumente und zwar vom Psychotherapeuten. Du brauchst in Deutschland ja einen Psychotherapeuten, der bestätigt, dass eine Namensänderung sinnvoll ist. Und diesen Psychotherapeuten, den musst du erstmal finden. Die Wartelisten betragen über 13 Monate. Alle, die meine Videos gesehen haben von vor einem Jahr, also sprich 23, 24, wissen, dass ich bei einem Psychotherapeuten war und dass ich mehrere Termine hatte. Ja, aber kein schriftliches Dokument. Ich habe nur ein einziges. Mein neuer Online-Job. Ja, ich hatte einen Online-Job. Ich habe ihn im Januar aufgemacht und war super gespannt, weil ich hätte damit ja meinen fünfstelligen Umsatz bekommen. Ja, ich konnte leider keine Werbung haben. Warum? Ich habe siebenmal den Job gewechselt in 13 Monaten. Leider bin ich immer noch nicht bei meinem alten Gehalt, denn das kriege ich erst 2025 wieder. Ich zahle ausschließlich Gelder ab von dem Geld, das reinkommt. Und es bleibt nichts übrig, von dem ich leben könnte. Also auch keine Werbung für einen Online-Shop. Ja, regelmäßig Geld mit meiner Firma verdienen. Ja, YouTube ist monetarisiert. Ich bekomme 10 Euro im Monat. Soll ich das jetzt wirklich als Highlight werten, wenn ich sage, ich verdiene regelmäßig Geld mit meiner eigenen Firma? Ich meine, es steht nur drauf, regelmäßig Geld mit der eigenen Firma verdienen. Ich kriege regelmäßig 10 Euro von YouTube. Also habe ich es theoretisch geschafft, aber theoretisch nicht genug. Das waren die Ziele von 2023. Und soll ich euch mal sagen, wir haben 24, in drei Monaten ist das Jahr oben. Ich habe nichts davon realisiert. Gar nichts. Und ich habe auch so, ich habe auch keine Energie. Ich gucke hier gerade durch. Oh, wie süß. Oh ja, richtig. Das habe ich 24 angefangen, meine To-Do-Liste. Elektrogeräte entsorgen, habe ich nicht gemacht. Regale für die Küche kaufen, habe ich nicht gemacht. Gewürzregale kaufen, habe ich nicht gemacht. Balkon fertig machen, hatte ich das Geld auch nicht für. Online-Kurse produzieren. Oh ja, ich habe eins geschafft. Membership starten. Ich prokrastiniere noch. Okay, Membership-Videos. Membership-Videos habe ich auch noch nicht erstellt. Webseite. Ich habe eine erstellt, ja. Mit der kann ich aber nicht arbeiten, weil sie nicht DSGVO-konform ist. Aber es ist halt Großbritannien. Ne. Ich habe jetzt nach einem Jahr eine Alternative gefunden. Aber mit der habe ich noch nicht angefangen zu arbeiten. Monatliche Kurse für die Membership habe ich noch nicht mit angefangen. Pinterest-Affiliate-Marketing. Ich bin von 23.000 abgestützt auf unter 5.000. Pinterest bringt mir keine Blog-Aufrufe. Alles nur amerikanisch. Brauche ich nicht. Informationswerbung. Ich habe keine Ahnung. Videos. Kochvideos. 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 Ja, die habe ich produziert. Bis mein Einweck-Automat kaputt ging. Shop-Produkte. Der Shop ist offline. Also, nichts erledigt. Ne. Das ist mein Jahr. So. Oh ja. Und dann habe ich hier ein Diagramm, was ich mit meiner Membership machen will. Wenn ich irgendwann mal die Motivation finde, sie anzufangen. Ja. Jetzt habe ich schon 14 Minuten geredet. Ähm. Ich werde jetzt meinen Monatsbericht aufnehmen, weil der heute noch online kommen muss. Am 1. Oktober. Und dann hoffe ich, dass der so um 20 Uhr oder 21 Uhr der online geht. Ne. Dann hat die Kanalratte wieder etwas, was sie disliken kann. Ja. Ja. Was wäre mein Leben, wenn ich diese Kanalratte nicht hätte? Wie wäre mein Leben, wenn ich diese negativen, toxischen Menschen nicht geredet hätte? Ne. Dann würde mein Leben vielleicht anders aussehen und ich hätte nicht so einen Schweinestall, in dem ich leben müsste. Naja. Ich bin schon wieder froh, wenn der Monat rum ist. Wirklich. Ich mache eine Million Kreuze, wenn ich den Januar erreicht habe. Und ich mich auf meinen Februarscheck freuen kann. Ja. In der Hoffnung, das Jahr 2025 möge besser laufen. Ich kann mich kaum freuen, dass... Ich kann mich kaum freuen, ja. Ich freue mich darauf, wenn das Jahr rum ist. Und letztes Jahr, 2023, habe ich genau dasselbe gesagt. Gott sei Dank ist das Jahr bald rum. Gott sei Dank nur noch drei Monate. Gott sei Dank 2024 läuft es besser. Ein Jahr später sitze ich zwar an einer anderen Stelle in meinem Leben und sage, Gott sei Dank, das Jahr ist bald rum. Ich bin fertig mit dem Jahr. Lasst das 24-jährige hinter uns. Gehen wir in 25. Ja. Das ist heute meine Grundeinstellung. Alles, was du an Arbeit anfängst, wird sabotiert. Und hinterher musst du reparieren. In jedem Businessplan musst du Reparaturkosten mit einbeziehen. Und die Reparaturkosten sind aufwendiger, als wenn du ein komplett neues Projekt anfängst. Das ist halt so. Immer muss man die Extrameile laufen. In allen Bereichen deines Lebens musst du die Extrameile laufen. Was sagt Bodo Schäfer mal? Frage das Universum nach weiteren Problemen, damit du wachsen kannst. Hallo, ich habe die Schnauze voll. Ich bin so oft die Extrameile gelaufen, ich habe keine Lust mehr die Extrameile zu laufen. Ich werde jetzt mein Monatsvideo aufnehmen und wir sehen uns später nochmal wieder. So, ich melde mich auch nochmal zurück. Ich habe vorhin mein Septembervideo aufgenommen. Es ist ja heute der 1. Oktober und ich dachte mir so, ich habe ja den monatlichen Monatsrückblick und dann habe ich das Video vorhin aufgenommen und habe das Video dann eben geschnitten. Subnail fertig gemacht und habe das Video natürlich online gestellt. Und ja. Was soll ich euch dazu sagen? Ähm. Ups. Ach, schon wieder, ey. Was soll ich euch dazu sagen? Es hat keine 2 Stunden gedauert, weil um 20 Uhr kam das Video raus. Jetzt haben wir 21.15 Uhr. Es hat keine 2 Stunden gedauert. Da war die Kanalratte wieder auf dem Kanal und hatte selbstverständlich das getan, was Kanalratten halt so machen. Ähm. Ähm. Wieder alles runter gedisliked. Aber von einer Kanalratte erwarte ich auch nichts anderes. Ähm. Naja. Ich muss mich wohl daran gewöhnen, dass dieser Online-Blog eine ganz persönliche Kanalratte hat. Ähm. Das Video liegt trotzdem noch bei 80 Prozent und wird deswegen auch noch weiterhin ausgestrahlt. Aber die Kanalratte tut natürlich alles, damit ich mit einer angezogenen Handbremse fahre. Und ja. Und ja. Ich habe ja auch auf dem Zweitkanal Videos drauf. Und ja. Was soll ich dazu sagen? Die Kanalratte geht natürlich die ganze Playlist entlang. Disliked alles runter, was sie in die Finger bekommen kann. Und ja. Die Kanalratte. Ähm. Schickt das auch per WhatsApp weiter. Natürlich damit natürlich mehr Details reinkommen. Ähm. Diese Kanalratte regt sich tierisch auf. Aber das ist halt so, wenn du negative, toxische Menschen in deinem Leben hast. Ich benutze übrigens Isana Hyaluron Booster mit ganz viel Feuchtigkeit. Meine Augen brauchen das zur Zeit. Und wenn du halt so eine Kanalratte hast, du hast halt keine Motivation. Weil die dominiert alles. Ich gucke hier vorne in den Spiegel rein. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich mich von der Kamera wegdrehe. So. Das mit meinen Lippen ist übrigens besser geworden. Seit ich das Melatonin nehme. Ähm. Ähm. Hat sich die Zellerneuerung, ähm. Positiv auf den Körper ausgewirkt. Und ich habe seitdem weniger spröde Lippen. Weil die waren immer sehr trocken. Und dann waren sie rissig. Und dann sind sie gerissen. Und dann waren die Lippen immer blutig. Und das war schon. Ähm. Nicht ganz so angenehm. Und dann kam ich mit dem Melkfett auch überhaupt nicht mehr hinterher. Ja. Es konnte nie genug sein. Ne. Einige nehmen ja Öl oder Lippenbalsam. Äh. Ich musste für die spröden Lippen immer Melkfett nehmen. So. Aber mit lange, wie geht es? So. Das war so mein, äh, Dienstagsupdate heute. Ähm. Morgen habe ich noch mal Nachtschicht. Und Donnerstag habe ich ja frei wegen dem Feiertag. Ich habe mich eigentlich freiwillig gemeldet zum Arbeiten. Ähm. Weil Feiertage werden immer sehr gut bezahlt. Äh. Offensichtlich hat das nicht jeder nötig. Ähm. Weil der Feiertag fällt aus. Da wird nicht gearbeitet, weil, ja, keiner Lust hat. Ähm. Und ja. Dann bin ich am Feiertag zu Hause. Ich gucke mal, was ich alles noch so machen kann. Ähm. Ich wollte jetzt noch ein Video vorbereiten. So mit Zutaten, die ich zu Hause habe. Ich wollte das andere Video. Hier ist ein bisschen Dreck. Ich wollte das andere Video noch vorbereiten. Da habe ich die Utensilien noch im Kühlschrank. Und, ähm. Ähm. Das schaut sehr gut aus. Ich habe heute mal dran gerochen. Das riecht auch sehr erfrischend. Und dann bin ich schon gespannt auf Freitag. Äh. Wenn wir das dann zusammen verkosten. So. Steht natürlich noch Wäsche an. Und ein Bett abziehen. Ich, ähm. Schwer. Weil man so keine Umsätze fährt. Und es halt sehr langsam vorangeht. Und, ähm. Ähm. Man kann ja auch nicht wirklich planen. Deswegen muss man immer von Monat zu Monat leben. Und ich warte jetzt nur noch auf den 15. August. Ach. Oktober. 15. Oktober. Um dann für das restliche Jahr, äh. zu planen. Und das nächste Meilenstein ist Februar. Ne. Da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem, wenn mein Urlaub genehmigt ist. Und ich dann zu Weihnachten wieder zu Hause bin. Das ist dann auch schon so ein Highlight. Ne. Einen Monat noch. Im November. Dann können wir den Weihnachtsbaum wieder aufbauen. Ne. Das war das Erste, was ich mir geleistet habe. Als ich einen richtig guten Gehalt check hatte. Ich konnte mir in der Gastronomie nie einen Weihnachtsbaum leisten. Nie. Jedes Jahr nicht. Und der ist künstlich. Und ich könnte normalerweise sagen. Ja. Ich kaufe mir doch einen künstlichen. Dann gebe ich das Geld nur einmal aus. Und. Ja. Ich habe es in der Gastronomie nie geschafft, mir einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Sei es ein echter. Oder sei es ein künstlicher. Den künstlichen, den bezahlst du ja nur einmal. Aber nein. Ich habe es in der Gastronomie nie geschafft. Und. Ähm. Als ich dann endlich raus bin aus der Gastronomie. Und ich konnte endlich in der Industrie anfangen. War das das allererste, was ich mir gekauft habe. Als ich wieder meine eigene Wohnung hatte. Und mein Gehalt schick sehr, sehr gut war. Ich habe mir einen Weihnachtsbaum gekauft. Ja. Und dann Teppich. Und dann ein Sofa neues. Ja. Da ging es mir richtig gut. Und im Moment stehe ich jeden Abend so da. Bitte, bitte, bitte. Ich will wieder dorthin zurück, wo es mir gut ging. Na. Das ist im Moment jeden Abend mein Bitte, bitte, bitte. An das liebe Universum. Ja. So. Ich muss jetzt zur Arbeit. Deswegen sage ich auf Wiedersehen für heute. Und wir sehen uns morgen wieder. Ja. Hi. Willkommen auf Mittwoch. Ja. Es ist mittlerweile schon richtig Herbst. Es ist richtig kalt. Es ist richtig ekeliges Wetter. Und was soll ich sagen? Dann explodiert der Mangold. Ja. Und soll ich euch mal ein Update zu den Frühlingszwiebeln geben? Schaut mal her, wie toll die sind. Hier. Und hier vorne. Ähm. Ich muss die gleich unbedingt mal gießen. Damit die... Oh Gott. Damit die Nahrung bekommen. So ein bisschen. So. Ich wollte Spaghetti machen. Dann fiel mir ein. Ich habe ja gar keine Nudeln mehr. Und dann habe ich die ganzen Reste, die ich an Nudeln noch hatte. So diese ganzen offenen Packungen. Es gibt ja nichts Schlimmeres als offene Packungen. Die habe ich erst mal zusammen gekramt. Habe sie alle in einen Topf geschmissen. Und dann dachte ich mir, ich mache einfach ein bisschen Freestyle-Cooking. Und gucke, was ich so an Resten übrig habe. Und schmeiße das alles in einen Topf rein. Und ich habe noch ganz viel Mangold hier. Und den schmeiße ich auf jeden Fall auch da rein. Der ist super lecker. Und ich lasse auch die Stiele dran. Weil die Stiele sind nämlich auch sehr lecker. So, dann wollen wir den mal ernsten. Wir können jetzt auch so die Stiele drücken. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So viel habe ich jetzt geerntet. Und jetzt gehen wir ganz schnell in die Küche, es ist nämlich kalt. Oh Gott. Oh Gott. So. 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 Ich habe auch noch ein bisschen Birkenkäse. Da ist wirklich nur noch so ein kleiner Rest drin. Den werde ich auch mit aufbrauchen. Na, machen wir gleich rein. Ich habe hier auch noch von meinem eingekochten die Lauchzwiebeln. Die habe ich jetzt auch zwei Gläser aufgemacht. Das ist immer gut, wenn man die Lauchzwiebeln vorgeschnitten hat. Und wenn man die einfach nur noch rausholen muss. Einfach nur ein Bilas aufmachen muss und dann hat man schon die Lauchzwiebeln hier drin. Also ihr könntet theoretisch auch mehr Birkenkäse nehmen. Aber das war halt der letzte Rest, den ich noch da hatte. Und dann dachte ich mir, den packst du einfach mal da rein. Dann hast du die ganzen Reste im Kühlschrank verbraucht. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn da ständig die ganzen Reste im Kühlschrank liegen. Also wenn ihr mehr Gewürze nehmt. dann ist das mit dem Kokosnussgeschmack in der Kokosnusssahne auch gar nicht so schlimm. Oder ihr müsst sie von Anfang an dazu tun und sie köcheln lassen. Dann warten wir mal noch ein bisschen, das dauert noch. Es kocht endlich. Falls ihr hier sehen könnt, ich habe zwei verschiedene Nudeln da drin. Ich habe zwei verschiedene Nudeln da drin. Ich habe zwei verschiedene Nudeln da drin. Ich habe ein bisschen Salz vergessen. Jetzt werden die Nudeln noch mal ganz kurz warm gemacht und da gibt es lecker Essen. Das riecht nämlich unglaublich gut. Und das riecht nach Mangold, weil ja ein Großteil Mangold da drin ist. Und Sesam, gerösteter Sesam. Lecker, ey. Ich sehe überall diese kleinen Sesamstücke, die hier drin sind. So, wie schmeckt die wohl? Die sieht so aus, wenn sie auf dem Teller liegt. So. Ich habe von allem etwas hier drauf. Das ist richtig geil. Man kaut auf Sesam rum. Man hat dann, man nimmt schon eine Spaghetti in den Mund, hat dann diesen leichten Geschmack von Mangold und hat dann aber, wenn man zubeißt, hat man sofort diesen Sesam im Mund. Und alles, was sich dann im Mund auftut, ist Sesam. Das ist echt geil. Einfach nur lecker. Ich gehe jetzt was essen und ich melde mich später noch mal auf. So, ich melde mich auch noch mal kurz zurück. Kurz vor einem Herzinfarkt. Ich habe mich nämlich schon wieder emotional aufgeregt, weil es nervt mich. So. Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass man Fake-Accounts vom Kanal fernhält. Dass man Leute leichter und einfacher blockieren kann, damit sie einen nicht immer nerven. Ne? Man muss doch sein Leben leben können ohne dieses Asoziale. Ich meine, wie asozial ist sowas, wenn sich sowas ekelhaftes Feiges hinter Pseudonymnamen versteckt? Oder sie arglistig und hinterlistig einfach disliken. Und ich sage es gerne noch mal, Datenschutz ist Täterschutz. Also, ich habe nichts gegen Datenschutz, aber es muss auch einen Datenschutz geben für Opfer. So. Ich als Opfer muss ständig blank ziehen. Ich habe als Opfer immer das Gefühl, dass es für mich keinen Datenschutz gibt. So. Komischerweise haben die Täter aber immer total viele Rechte. Mein Gott. Und das regt mich am meisten auf. Die Täter können machen, was sie wollen. Bei YouTube selber, du kannst die Accounts, die auf anonym gestellt sind, nicht mehr nachverfolgen. Fake Accounts kannst du, kannst du nur melden und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, wie heißt es, so eine Kanalrate hast, dir kann nicht wirklich jemand helfen dabei. Du kannst jetzt nicht in die Disliks reingucken und sagen, der Nutzer ist ein Hater und den blockiere ich oder der Nutzer ist ein Stalker und den blockiere ich oder das ist ein Narzisst, der macht mir das Leben schon seit so vielen Jahren schwer, den blockiere ich. Es geht halt einfach nicht. So und das hast du auf allen Social Media Plattformen, dass man dem einfach, Entschuldigung, ich habe mich so emotional gerade aufgeregt und ja, da freut sich die Kanalratte wieder, da sagt sie, ha, jetzt habe ich die alte Kleinen gekriegt, ja. Ja, da freut sich der Narzisst wieder, ne. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten, weil ich gebe nicht auf. Egal wie viele Disliks da reinkommen, ich gebe nicht auf. Ich mache immer weiter und weiter und weiter und weiter, ne. Und wenn ich irgendwann mal eines Tages einen Herzinfarkt kriegen sollte, wegen all dem Stress, mache ich weiter. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus lag. Ich hatte 40 Fieber, mir ging es richtig schlecht. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe weitergearbeitet, ja. Denn das kann ich. Ich lasse mir von so einem narzisstischen Stalker, ja, der meint, er müsse meine Leben korrumpieren, nicht erzählen, inwiefern ich selbstständig sein darf und ich lasse mir von so einem kleinen Idioten auch nicht erzählen, wie viel Erfolg ich in meinem Leben haben darf. Ja. Dieses kleine Allerwerteste kann mich mal kreuzweise. So, morgen ist Feiertag, da habe ich frei und, ja, da freue ich mich schon drauf. Oh. Oh. Ich habe das, ich habe vergessen, mir das Gesicht zu waschen. Super. Oh. Gott. Naja, passiert. So. Jetzt habe ich hier schon wieder, ja, jetzt gehe ich schon wieder in die Arbeiterklasse und muss schon wieder arbeiten. Ich meine, ich mag meine Kollegen, ich mag auch die Arbeit. So ist es nicht. Aber ich würde viel lieber an meinen Herzenswünschen arbeiten, an meinen Träumen arbeiten. Ähm, und wenn du halt so eine ekelhafte Kanalratte hast, die dir schon seit 15 Jahren folgt, die dich stalkt, hast du, ja, du hast keinen Erfolg. Ne, dein Erfolg wird von anderen Leuten kaputt gemacht, getreten, geschändet und du kannst nicht wirklich was dagegen machen, du bist dem halt hilflos ausgeliefert. Und jeder, der dir sagt, ah, doch, dagegen kann man was machen, ja, ne, der Klugscheiß hat nur. Weil unsere Gesetze sind leider nicht für Opfer gemacht, sie sind für Täter gemacht. Und auf Social Media hast du auch diese Anonymität, die Anonymität hinter Social Media Accounts, die du nicht einsehen kannst. Diese ganzen Fake Accounts, die Boot Accounts, ähm, Leute, die immer da sind, die irgendwas disliken, ähm, das ist ja kein normaler Dislike, der jetzt über einen Short reinkommt oder so, ne, bei einem Short ist das so, da kommen 400 Leute auf den Short und der sagt halt nicht jedem zu, ne, da denkst du dir, ach, ja, komm, die paar, die paar Dislikes, ne, da denke ich mir auch nicht viel bei. Aber stell dir mal vor, du hast eine Kanalratte, die dir seit 15 Jahren und länger das Leben schwer macht und gegen die du nichts machen kannst. so, meine erste Firma ist ruiniert, meine zweite Firma ist ruiniert, Nummer 3, es liegt auch brach, ne, und alles wartet auf 2025, damit ich da alles anfangen kann zu reparieren. Und dementsprechend ist mein Lustpegel ganz schön gering, weil ich habe mir nämlich jetzt den YouTube-Channel angeguckt und, ja, was soll ich sagen, die Kanalratte, die schickt ja immer alles per WhatsApp weiter, ne, damit auch andere Leute dieses Video disliken können. Und dann bekommt natürlich wieder jedes Video einen zweiten Dislike in der Hoffnung, dass es mir noch mehr schadet. Aber ganz ehrlich, du kannst mich mal kreuzweise am Arsch... Du verstehst mich, ne? Aber man sieht sich immer zweimal im Leben wieder. Ich hoffe natürlich nicht, weil ich persönlich keinen Kontakt mehr haben will und eigentlich nur froh bin, wenn dieses asoziale Wesen, das mir das Leben schwer macht, verschwindet. Und ja, wenn die Kanalratte dieses Video wieder gesehen hat, dann, klar, wird das wieder per WhatsApp weitergeschickt, damit noch ein zweiter Dislike reinkommt. Und vielleicht findet sich ja auch noch ein Flying Monkey, der dann noch einen dritten Dislike abgibt, ne? Weil das wurde ja in der Vergangenheit auch schon ausprobiert, ne? Ja, was tut man nicht alles, ne? Um jemanden zu ruinieren, um jemanden zu zerstören, ne? Aber lass dir eins gesagt sein Kanalratte. Was immer du tust, was immer du machen möchtest, ist mir doch scheißegal. Es interessiert mich einen absoluten Sch... Ne? Ich arbeite weiter, ich kämpfe weiter und wenn es das Letzte ist, was ich tue und wenn ich mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus krieche, du gewinnst nicht. Das war eine Kampfansage. So, damit beende ich jetzt diesen Vlog, sage einen wunderschönen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Feiertag gehabt. Ich habe frei und dementsprechend mache ich Hausarbeit und gewisse andere Sachen. Also, auf Wiedersehen.